Ja, es geht weiter hier bei Donkey Kong. Ich habe keinen Spiel-Sound mehr, aber vielleicht kommt der noch irgendwann wieder, wenn nicht, ist mir das auch egal. Ja. Und dann... So. Das hatten wir. Ja, boah. Ich hatte die erste Aufnahme verkackt, deswegen stehen wir ein bisschen weiter woanders. Aber das ist nicht schlimm. Ja. Kennen wir alles hier. Ach, Alter. So easy. Nein, das hätte ich nicht nehmen sollen. So fast. Oh Gott, ey. Wie weit schießt du denn dumme... Sechs. Ja, ich frage mich gerade, warum ich keinen Dings mehr habe, keinen Sound. Gar nichts. Nein, nichts. Warte doch mal hier so, zack, und jetzt, zack, zack, jetzt hast du wieder Sound. Äh, nein. Warte, ich gucke auch nochmal eben. In meinen Option, äh... Habe ich ihn vielleicht aus Versehen ausgemacht? Nö. Hä? Doch, ich höre noch Sound. Die sind jetzt auf einmal so leise, Moment, ich muss den Sound lauter stellen, das ist total leise. Was hast du auf 15 gemacht? Ja, 15 ist ja in Ordnung, der war ja gerade auch nur auf 19. Das liegt auf Windows 7. Windows 7 ist scheiße. Guck dir das an, ey, ich habe 30 und ich höre nix. Können wir die Aufnahme jetzt eigentlich hier starten? Nein, wir lassen die jetzt. Ich habe nämlich keine Lust mehr weiter aufzunehmen. Ey, ne. Ey, ich habe auch 15 und das ist total lai... Ach, egal. Stimmt, ist das total laut. Ne, ich stelle das wieder runter auf 19. Ich lasse das jetzt drin, ey, mir ist das jetzt egal. Weißt du, mir interessiert das nicht mehr bei diesem Spiel, ob ich da irgendwie eine volle gute Qualität habe. Das ist mir völlig egal. 19. Die Qualität hatten wir sowieso nie. Ja, stimmt. Jetzt ist der Sound halt, wenn er jetzt leise ist, dann wird er da leise oder laut oder... Ach, mir ist das überhaupt kein Sound. Ja, oder das. Pff, ist mir auch egal. Dann lege ich halt eine Melodie hinter, ey. Benny hilft dir die ganze Zeit. Können sie sich damit abfacken, die Leute. Ist mir egal. Wasum, ey, wasum. Hallo, wo ist das Problem? Ja, wo ist das Problem, ey? Lass mich doch den Anfang machen. Nee. Doch. Kann ich nicht. Junge, Junge, Junge. Oh, oh. So. Was mache ich denn hier? Das weiß ich nicht. Jedes Mal das gleiche. Komm hier oben. Kommt man nicht dran. Nicht wirklich. So. Klingt cool. Schön. Danach kommt das Mittelfass. Wenn du dich da streich ballerst. Ja. Dann kriegen wir genau das Mittelfass. Aber schon mal, wir haben noch drei Dägen. Also, eigentlich, wenn man sieht, ist das Level nicht lang. Sieben. Sieben. Oh. Danke. Ist das jetzt aufgeschrieben, oder was? Ja. Damit ich das auch nicht vergesse, wenn wir gleich aufhören. Ja. Immer, ist immer präsent. Gleich, ey. 100. Er kommt gleich. Oh. Ey, ich hatte Angst. Nein. Nein. Was willst du von mir? Warum bist du nicht so fast gesprungen? Weil ich es jetzt so durch wollte Och, wir wollen alle immer irgendwie weg Aber das schaffen wir halt nicht Nein! Mega! Ja, mega weg Nein Was machst du denn da? Ey, du sabotierst das überhaupt nicht Ich sabotiere das auch nicht Das war ja scheiße von mir Ja, ey Ich hab nicht drauf geachtet Warum dreht ihr das denn jetzt? Das war ein Fehler Das war Nummer 8, ne Nummer 9 war das glaube ich jetzt Ja, das ganze Spiel ist einfach ein Fehler Ich hab jetzt nie, 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 nie dieses Spielspiel Jetzt kommen wir Mega-Tricks Nein! Ja, super, ey Jetzt komm mal her, halt ihn. Fein Ding. Was? Was war das? Ja, hinter dir. Der ist wieder aufgewacht in seiner Tonne. Ich dachte, ich hab ihn getötet. Das ist nur deine Schuld jetzt. Ich? Du bist zweimal diesen fester Dinger kaputtgesagt. Kann ich wahr? Doch. Weißt du, wie gesagt, das spiel mit mich fertig. Ja, ich muss das auch spielen vielleicht? Ja, schon. Dich macht das anscheinend nicht so fertig wie mich. Und du jetzt mehr aus? Amnesia macht dich fähig. Dich? Dich. Das stimmt. Ich hab auch keine Folgen mehr auf Vorrat. Ich muss das mal aufnehmen. Hast du echt keine mehr? Nein, nee. 20 war die letzte. Ich muss aufnehmen. Hör auf. Ah! Weißt du, wie schlimm das ist? Der Gesicht ist auch so weit geil. Vor allem, als du zurückgegangen bist, bist du auch mit dem Kopf so nach hinten gegangen. Ja, ja. Aber es nützt nichts. Aber ich mach das auch, wenn du so bei Fans spielen oder sowas. Ja. Immer zur Seite neigen. Ja, genau. So gneien. Ja, ja. Und das Feeling haben, weißt du? Ich hab keine Ahnung. Bei dem Spiel überrascht mich nix mehr. Guck mal, der heißt mal ein Film an, als so Entspannung. So. Also ich hab irgendwo gelesen, das ist halt so, dass diese Fässer sich normal nicht die ganze Zeit drehen. Ja und, das macht's nicht schwieriger. Doch. Ne, überhaupt nicht. Klar. Was mach ich hier? Ausweichen. Skilbe. Guck mal, jetzt lass ich ihn. Nach ihm. Nein, das glaub ich nicht. Bockst seine ganze Zeit seinen Freund, ey. So. Das ist eigentlich jetzt leicht. So. Super. Na, und jetzt einfach drüber feuern und dann bist du schon beim Mittelpunkt. Juhu. Jaja. Man lernt. Du hast es drauf, einfach. Okay, hier kommt die schwierige Stelle. Boah, übel. Weg mit dir. So. Weg damit und jetzt, zack. Ja, okay, ging. Boah, wie krüppelt dich das, was bei mir aussieht. Ja, ist egal, komm jetzt hier. Kann ich noch rennen zum nächsten? Ja, kann ich. Das Fass kam nicht wieder. Das Fass kam nicht mehr. Du hast doch gesehen. Ey, das Fass war doch da, direkt neben dir. Nein, das war ja nicht mehr da. Das habe ich nichts gesehen. Das siehst du in der fettigen Aufnahme, das ist ja nichts wahr. Glaub mir, ey. Auch kein Fass. Nein. Hilfe. Oh, leck. Stirb, ey. Ja, stirb, genau. Das kannst du jetzt auch nicht auf mich schieben. War ja auch nicht. Das schiebe ich auf dich. Das kannst du auch auf mich schieben, ey. Das geht nicht. Das ist unbesiegbar. Komm, wir setzen das auf 50 runter dann. Nee. Bei wie viel sind wir denn? Hm? Bei wie viel sind wir denn? Zwölf. Ja, easy. Glaube ich. Vielleicht habe ich mir irgendwann verzählt. Aber wenn, dann nicht ins Negative. Ja. Also wird schon passen, Zwölf. Ah. Ja, das ist natürlich ein bisschen leichter als die anderen. Ihr den Fass und dann schießt sich nach rechts oben. Nach rechts oben. Schade. Dass du damit weiterfliehst. Manchmal ist das fast so eine super Geschwindigkeit, dass es einfach so drei Kilometer weit wegfließt. Und jetzt also, puh, zack. Vielleicht hättest du doch einfach ganz nach rechts laufen sollen. Ja. Ja, wenn wir da drüber kommen mit zwei Kongs, kannst du das ruhig machen. Nicht das Ding. Und danach kommt wahrscheinlich dann eine der letzten Passagen. Sag doch, das ist nicht so. Habe ich auch schon gesagt. Wieso setzt du dann auf 100 an? Äh, einfach so. Damit du drauf eingehst. Hätte ich 20 gesagt, wäre es nicht drauf eingehen. Oh, Mann, ey. Das schaff ich nicht. Ich war in dem Fass. Aber die Bienen waren auch da. Das war ein Bienenfass. Wunderbar. Wunderbar. Du warst nur Arton. Oh, nervt mich das. Ja. Ist schon nicht ohne. Ja, bei mir warst du tot. Ah, schade. Sah cool aus, aber mir auch nicht. Weißt du, das fliegt jetzt wieder so. Einfach weg, ey. Wohin sonst, ey. Aber sonst, ey, Mann. Ne, wir machen sowieso jetzt einen Schnitt. Schnitt. Schnitt.